Nicht gut! Nicht gut! Puh, wir leben. Er war schon nützlich, so um Angriffe abzuwehren, aber ja, ich finde den Kampfstil so ein bisschen hölzern mit dem Schild. Der ist immer so ein bisschen abgehackt. Und deswegen lieber so, weil man jetzt auch nicht mehr so lange zum Zuhacken braucht. Das fand ich immer ein bisschen ätzend bei dem Schildkampfstil. Ja, wir haben jetzt zwar bloß zwei Waffenkampf eins, aber wir werden auch die zwei noch lernen, sobald wir es irgendwann mal nach Ishtar geschafft haben. Nun aber zunächst wollen wir uns der Perle des Ostens widmen, in Varant. Das ist die Stadt Belias, Bakarisch. Warum ich die Stadt Belias sage? Hier steht der Tempel, in dem Belia direkt zu einem sprechen kann. Halt! Das hier ist Bakarisch. Tempelstadt der Assassinen. Oh ja. Was willst du hier, Fremder? Gehörst du zu den Räubern? Sehe ich wie ein Räuber aus? Hallo, ich habe eine Assassinen-Rüstung an. Klar, ich bin Räuber, genau. Ich gehöre zu niemandem. Dann bleib dabei und lass dich nicht mit den Räubern ein. Ja, genau. Mich hätte gerade mal interessiert, was passiert wäre, wenn ich das gesagt hätte. Ich weiß es gar nicht. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt riskieren, die jetzt hier platthauen zu müssen. Deswegen habe ich es mal gelassen. Erzähl mir was über die Stadt. Es kommt nicht oft vor, dass sich Fremde hier einfinden. Such Aschnu auf. Er wird dir weiterhelfen. Aschnu klingt irgendwie ungesund. Wie ist die Lage? Es sieht nicht gut aus. Vor der Stadt treiben sich Nomaden rum. Diese verdammten Räuber haben die Oase überfallen. Geh in die Stadt und berichte Silvio davon. Natürlich tun wir das. Und diese Nomaden werden wir dann später auch noch aufsuchen. So, mal kurz einsammeln hier. Und wir müssen uns dann im Verlauf der ganzen Sache hier in Bakkeresh entscheiden. Stehen wir auf der Seite der Assassinen oder der Nomaden? Befreien wir Bakkeresh, was ein ganz schweres Stück Arbeit ist. Das muss ich mal so zugeben. Denn hier springen sehr, sehr viele Schwarzmagier rum. Oder töten wir die Nomaden an der Oase. Ihr könnt euch denken, was einfacher ist. Und ihr könnt euch denken, was ich machen werde. Nicht das einfache. Okay. Willkommen in Bakkeresh. Auch dies ist ein, naja, Kaff eigentlich. Im Rollenspiel wurde es zu einer florierenden Handelsstadt gemacht, die einen Hafen besaß, hier unten dran mit. Ja, war eigentlich ganz hübsch soweit mit Bakkeresh als einer richtig ordentlichen Stadt, die auch offen für anderes war, sozusagen. Zu Bakkeresh bleibt zu sagen, es gab bei uns im Rollenspiel, bevor ich mit Silvio rede, zu dem wir ja sollten, es gab bei uns im Rollenspiel, oh, einen Teleputsch, den nehme ich gleich mal. Jetzt fange ich noch ein drittes Mal an. Es gab bei uns im Rollenspiel zwei verschiedene Assassinen-Fraktionen. Das lag daran, dass schon zu Gothic 1 und Gothic 2 Zeiten ein Kastell der Schwarzmagier existierte, in dem Schwarzmagier halt an den dunklen Künsten herumgeforscht haben. Und, ähm, Xalas hat damit, glaube ich, nicht so viel zu tun gehabt. Ich glaube, er war sozusagen der ursächliche Begründer des Kastells gewesen, hat es dann aber sein lassen, stehen lassen. Und, ähm, dieses Kastell ist eigentlich der fantastischste Ort im Rollenspiel. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so sehr, weil es irgendwie ziemlich tot ist. Aber es ist der fantastischste Ort im Rollenspiel, insofern, dass dort alles passieren kann. Und dieses Kastell hat sich zu jeder Umstellung in ein neues Gebiet im Rollenspiel immer weg, mithin teleportiert. Und in der Gothic 3 Zeit hat das Kastell sich auf einen Berg nördlich von Bakaresch teleportiert. So hier vielleicht ungefähr hin in die Ecke. Hat es dahinter teleportiert. Und die Schwarzmagier haben für diesen dritten Teil tatsächlich eine Gilde gebildet zusammen mit den Assassinen. Auch wenn die irgendwie nie so richtig zu einer Gilde zusammengewachsen sind. Und die Assassinen immer so wie so ein bisschen ein Fremdkörper für die Schwarzmagier waren. Allerdings, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, diese Assassinen sollten, um irgendwie mit den Schwarzmagiern zusammenzupassen, die sich nie mit irgendjemandem in einen Konflikt begeben, seltsamerweise, äh, sollten die ziemlich neutral eingestellt sein. Deswegen wurden diese Assassinen folgendermaßen behandelt. In Bakaresch hat sich kurz nach der Umstellung eine Revolution breit gemacht. Die Assassinen des alten Bundes, eine alte Assassinenvereinigung, die noch für Ehre stand und alles mögliche, hat sich gegen Zuben aufgelehnt und hat, ähm, Zuben aus Bakaresch vertrieben. Und dieser alte Bund, das waren die Assassinen, die dann Bakaresch, ähm, geführt haben im Prinzip. Und Zuben war der erklärte Feind dieser Assassinen des alten Bundes und die Assassinen des alten Bundes waren relativ neutral. Die Nomaden haben sich dann trotzdem mit denen angelegt. Und ich möchte an dieser Stelle meinen Freund Berasch grüßen, der Emir, der Schwarz, äh, nein, nicht der Schwarzmagier, was quatsch ich denn, der Assassinen. Ähm, wir beide haben viel Spaß mit einer Blutfäde gehabt, die die, äh, die Maris und Berasch miteinander hatten. Äh, ja, der Emir, der Assassinen und der oberste Nomade in Spee, die haben sich immer mal bis aufs Blut bekämpft. Und Maris hat sogar extra Turniere, ein Turnier in Bakaresch, äh, Quatsch, in Bakaresch, in Aeschedim veranstaltet, ein Turnier. Nur damit er Berasch irgendwie dorthin lockt nach Aeschedim, um ihn erneut zu stellen und zum Duell zu fordern. Und dann hat er verloren. Darauf komme ich aber ein andermal zu sprechen. Wenn wir nach Aeschedim gehen, da habe ich viel zu erzählen, oh Gott, in Aeschedim. So, jetzt reden wir noch mit Silvio und dann ist Schluss für heute. Ich bin Silvio, das hier ist Bakaresch. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. An dieser Stelle noch kurz, was ich eigentlich, wie ich drauf gekommen bin. Ich fand es nett, dass Bakaresch eine freie Handelsstadt war. Eine offene Stadt, die im Gegensatz zu den unter Zuben stehenden Städten halt wirklich frei für sämtliche Einflüsse war. Und dort konnte sich jeder rumtummeln. Und die war halt ein bisschen netter zum Ausgestalten so. Hier im Spiel ist ja halt nichts weiter. Und mein Herz hängt sowieso an Morasul. Und wir werden da dann auch noch hinkommen und sehen, warum mein Herz an Morasul hängt. Und weil hier einfach am schönsten ausgestaltet ist von allen Wüstenstädten. So, jetzt aber hier. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Wir sind hier eine hübsche, ruhige Tempelstadt und so soll es auch bleiben. Wenn du in den Tempel willst, sprich mit Amu. Und wenn du noch eine Runde quatschen willst, geh zu Aschnu. Er redet viel und gerne. Ansonsten zeige ich dir, wie du mit Räubern fertig werden kannst. Der Aschnu ist bestimmt ein Let's Player, könnte ich mir so denken. Hast du Arbeit für mich? Du willst dich nützlich machen? Akrabor bewacht den Nochzugang der Stadt. Er hat mir schon länger keinen Bericht mehr erstattet. Geh und sieh nach, was da los ist. Und wenn du schon dabei bist, sieh auch mal nach Benito. Er hält die Stellung im Süden. Akrabor! Akrabor! Klingt wie so ein Papagei irgendwie, finde ich. Äh, ja. Oder halt wie Agrabah. Vielleicht hat man sich ja daran angelehnt. Kennt jemand Agrabah? Die Stadt, in der die Aladin-Filme spielen? Nicht? Dann nicht. Benito schickt mich. Was hat er zu berichten? Die Oase vor der Stadt wurde von Nomaden überfallen. Verdammt! Das sind schlechte Nachrichten. Das wird Tisgar gar nicht gefallen. Im Süden werden wir mal besser vorsichtig sein. Hier. Das ist für dich. Und mach weiter so. So, damit haben wir das geklärt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir können ja mal gucken, was er kann. Große Waffen, schwere Armbrust, kannst du vergessen. Ein Assassine, der was mit Zweihändern beibringen kann, finde ich ein bisschen unrealistisch. Ehrlich mal, wer stellt sich in die Wüste und kämpft mit Zweihändern? Also abgesehen von irgendwelchen geistesgestörten Nordmar-Barbaren, die einen Sonnenstich haben und dann in ihrer fetten Plattenrüstchen durch den Sand stapfen. So, nichts gegen Nordmar-Barbaren. Ja. Ich wollte eigentlich Schluss machen, ich weiß, aber wir quatschen jetzt nochmal kurz mit den Händlern zumindest. Ich bin Aldo. Bei mir bekommst du, was immer du brauchst. Und wenn Belia meinen Sklaven nicht völlige Dummeit beschert hätte, könnte ich dir auch Artefakte anbieten. Ja, was ist denn mit den Sklaven? Brauchst du Hilfe? Du meinst wegen meiner unfähigen Sklaven? Jawohl. Du könntest die alle verprügeln, aber das bringt nichts. Das hab ich schon getan. Ich dachte eher an die Artefakte, die du suchst. Ah, aber natürlich. Du musst wissen, ich suche nämlich drei ganz besondere Artefakte. Ich habe alte Inschriften gelesen. Es sind Schatullen. Sie gehörten einem Priester des alten Volkes. Er war bestimmt ein angesehener Mann. Und wenn ich diese Schatullen besitze, werde auch ich ein angesehener Mann sein. Ich seh mich mal um. Auch du wirst dem Ansehen von Bacare steigen, wenn du sie mir bringst. Schon gut. Ich denke, ich hab's kapiert. Mein Kater liegt gerade rücklinks auf dem Boden und spielt Tote Katze und breitet seine fette Wampe in der Gegend aus. Sieht spitze aus. Okay, äh, gut. Aldo abgearbeitet. Das können wir dann später machen in der nächsten Aufnahmesession. Sagen wir mal so, es ist ziemlich sinnlos, diese Dinger halt zu finden. Also, es ist ein bisschen unglaubwürdig. Man läuft hier rum und sieht dann in irgendeiner Ecke die Schatulle rumliegen. Ich guck mal jetzt kurz, ob wir hier eine finden. So als Beispiel. Ne. Okay. Machen wir dann beim nächsten Mal. Also, das ist sehr unrealistisch, dass das alte Volk die ja einfach so hat liegen lassen und dass die nie vom Sand überspült wurden. Gut. Wir reden jetzt auch nicht mit den, äh, Sklaven da unten. Ach, ist das nicht schön hier? Mir gefällt das immer mit diesen Trennwänden. Und ich mag diese Tische und diese Tabletts mit den kleinen Kännchen drauf. Ein Säbelzahn. Auch der passt nicht so wirklich hier rein. Also, diese ganzen Köpfe, die passen nie so richtig rein. Das finde ich auch immer schön. So kleine Pergamentrollen hier mit den Büchern. Die Fenster sehen auch immer cool aus irgendwie. Und diese Wandteppiche und diese goldenen Schilde und diese Geschirrdinger mit Früchten darauf immer. Und diese kleinen Weidenkörbe immer und diese Betten immer. Ach, ich finde es einfach schön. Ich weiß nicht. Mir gefällt das hier. Ich mag das. Ich mag diese Häuser. Die sind einfach schön. So, nochmal kurz hier. Jafar, mein Freund. Willkommen in Bakari. Jawohl. Ich bin Jafar, Händler der Waffen. Wir fröhlich einen Blick auf meine Klingen. Es ist beste Ware aus Ben Salah. Ein schönes Rollen, das R hat er. R ist Jafar. Zeig mir deine Ware. So. Wir können mal gucken, ob wir endlich mal die Assassinenrüstung uns leisten können. Ich kann dir das nicht geben. Scheiße. Du bist nicht würdig. Äh. Also wir brauchen noch eine ganze Weile, bis wir die dann irgendwann mal erwerben können. So, ich verkaufe aber mal meinen ganzen Krempel hier. Damit wir ihn los sind. Nein, die Spitzhacke nicht. Ähm. Ich glaube, ich weiß, wieso ich drauf gekommen bin, dass Wenzel's Schwert weg ist. Weil es nicht mit beim Verkaufbaren aufgetaucht ist. Aber natürlich taucht es nicht mit auf, weil es ein Questgegenstand ist. So, Paladin-Schild. Ach ja, klar trage ich den nicht mehr. Ich lasse ihn trotzdem mal da. Ähm. Falls wir doch mal besser kommen mit einem Schild. Falls irgendwo mal ganz viele Fernkämpfer sind oder sowas. Okay. Noch hier Tierzähmen und Nebel weg. Ich benutze keine Magie. Tut mir leid, das werde ich nicht tun. So. Noch irgendwas? Ne, den ganzen kleinen Krempel, den lassen wir. Sind 6.990. Klingt gut. Tauschen. Okay. So, Jafar ist abgearbeitet. Aschnu und Carlos. Willkommen, Pilger. Ich bin Carlos, Händler der Sklaven. Er ist Carlos. Wie laufen die Geschäfte? Na, bisher lief es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings könnte ich trotzdem etwas Hilfe gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Verstehe. Wir sollen also die Ruinen freiräumen. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das, mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Yippie Skippy, das ist super. Die Ruinen von Bakkerisch, eine neue Queste. Gut, wir gucken mal kurz hier. Ja, hier das meinte ich mit diesen kleinen Gewürzfächern immer und den Früchten. Und das sieht aber auch lustig aus. Und das ist irgendwie so schön liebevoll gemacht. Ich weiß auch nicht. Das ist doch auch schön hier, oder? Das ist doch wunderhübsch sowas. Deswegen lasse ich die Kaktusblüte da auch stehen, weil sie wunderschön drapiert ist. Das hier oben ist auch cool. Ja, hier ist es schön. Ich mag hier bleiben. Das ist cool. Noch cooler wäre es, wenn man die Bücher so wie bei den ganzen Elder Scrolls Teilen rausnehmen könnte und sich angucken könnte. Da hätte man so viel Inhalt reinbringen können. Ich finde das wunderschön bei den Elder Scrolls Teilen, dass man sich die Bücher angucken kann. Und dass man da so unglaublich viele Geschichten drin findet. Weil man dadurch unglaublich viel Inhalt noch zusätzlich reinbringen kann. Einfach nur mit Geschichten, die man schreibt. Und man da unglaublich viel Ideen noch ziemlich einfach mit reinbringen kann. Okay, ich war gerade abgelenkt, weil das Katerteher jetzt mittlerweile dazu übergegangen ist, irgendwelche Klamotten zu jagen, die hier rumliegen. Willkommen in Bakarish, Pilger. Ich bin Aschnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Ja, du bist der, der viel redet. Das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Beliars. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf das sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst, wirst du mit der Statue hier unten Vorlieb nehmen. Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf. Oh, Pilger. Ja, wir müssen es uns erst verdienen, den Tempel zu betreten. Wie überall gibt es auch hier etwas, wo wir Ruf für brauchen, um reinzukommen. Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Arena kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt. Erzähl mir was über die Schwarzmagier. Die Magier kümmern sich um alles. Sie beten für uns zu Belia. Aber sie kümmern sich auch um den Tribut und um unseren Schutz. Ihr Wort ist uns Befehl. Und an ihrer Spitze steht der alte und weise Zugen. Doch ihn wirst du hier nicht treffen. Er wacht über uns alle in seinem Palast in Ishtar. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen. So in der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Juhu, okay. Überzeuge die Händler, das machen wir alles das nächste Mal. Haben wir jetzt noch irgendjemanden hier ausgelassen? Nein. Wie jetzt besser. Das tue ich sehr gern. Okay. Dann würde ich sagen, dicker Aschnu. Hatte ich dich schon, Jafar? Ja, das hatte ich. Nun gut. Hier ist übrigens der Belia-Schrein. Belia. Nur mal so kurz. Also das ist nicht der, über den wir zu Belia beten können, sondern das ist die Leitausgabe für jeden, der so angekrochen kommt. Aber auch die finde ich schön. So diese kleinen Wegschreine, wo man dann so mit nebenbei dran gehen kann. Das finde ich irgendwie hübsch. Okay. Wenn man irgendwelchen Krachen im Hintergrund hört, der Kater zerfleischt gerade irgendwas. Deswegen muss ich jetzt auch unbedingt gleich Schluss machen, weil der gerade total einen Rappel kriegt. Du Geistesgestörter. Okay. Verzeihung. Ja, wir setzen uns jetzt am besten einfach hier oben hin. Was ist das eigentlich? Ach, das ist sowas hier zum, so eine Pumpe hier zum Schieben. Wir können nicht schieben. Wir sind kein Ochse. So. Nee, komm, der schreit zu sehr. Hier mache ich nicht Schluss. Ich gehe mal wieder hier hin. Mufasa. Der Vielarmige. Ja, also kommt dann noch beim nächsten Mal. Wir werden da natürlich wieder Arena-Kämpfe durchführen. Das kann ich. Ich packe mich jetzt hier an die Wasserpfeife kommen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ich will die Wasserpfeife. Das ist ein würdiger Abschluss für diese Folge, die wirklich lange ging. Ich glaube, ich habe jetzt vier Stunden aufgenommen. Okay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, auch wenn man zwischendurch beim Tempel von Benzala wirklich nicht das Gefühl hatte, wahrscheinlich bei mir. Ich bin so froh, in der Wüste unterwegs zu sein. Mir gefällt es ja einfach. Wir werden beim nächsten Mal uns Bakkerisch angucken und die Aufträge hier machen. Und wir werden es bestimmt schaffen, uns nach Al-Qi-Dim durchzuschlagen und dort ein bisschen weiterzumachen. Mal sehen, ob wir es vielleicht sogar nach Morasul schaffen, weil Al-Qi-Dim ja keine richtige Stadt ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin gehabt euch wohl. Und tschüss. Bis dahin.